Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 8. August. Heute haben wir dabei Samsung, Amazon Alexa, Google Bilder, Nike und Instagram. Gestern war ja der große Samsung Unpacked Event und ja, wahrscheinlich seid ihr eh schon informiert, denn es ist ja sofort durchs Netz gegangen, was es alles gab. Aber einmal kurz nochmal erwähnt, das Highlight und man wusste ja auch, dass es kommt, das neue Galaxy Note 10 bzw. 10 Plus, das ist das Größere dann. Ja, was soll man sagen, größer, schneller, weiter, wie üblich. Das Display ist nahezu rahmenlos, hat glaube ich den angeblich kleinsten Bezel rundherum, der möglich war. Und die Kamera ist in der Mitte, das ist ein kleines Loch, das dann auch sehr klein gemacht worden ist. Kommt natürlich wieder mit dem S-Pen-Stylus und hat ohne Ende, ja, Daten unter der Haube. Die könnt ihr euch gerne durchlesen im Artikel, den der Pukipsi für euch geschrieben hat. Und der ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Nächstes Thema, Amazon, die werden jetzt in Amerika die Möglichkeit anbieten, dass die gute Alexa dann entsprechend langsamer spricht oder auch schneller, weil sich anscheinend Leute darüber beschwert haben. Es wird sieben Stufen geben, eine Standardstufe, drei schneller, drei langsamer. Und ob das Ganze nach Deutschland kommt, steht noch in den Sternen, würde mich jetzt aber auch nicht wundern. Und viele kennen das ja von euch gerade vielleicht auch von Podcast, die man sich ja auch schneller anhören kann. Und das macht ja manchmal Sinn. Google. Es ist mir gestern durch Zufall aufgefallen, die Google-Bildersuche hat sich geändert. Ja, und die haben es auch mittlerweile bekannt gegeben gehabt. Es ist jetzt nicht mehr die alte Bildersuche, wo man einen Begriff eingibt, Bilder bekommt. Und wenn man draufklickt, hat man in der Mitte ein schwarzes Feld und hat noch ein paar Vorschläge und muss dann wieder zurück. Also immer sehr hin und her, denn jetzt geht der schwarze Bereich auf der rechten Seite auf, bleibt auch starr und man kann sich weiter durch die Bilder durchklucken, die Bilder angucken und ja, machen, was man auch immer mit den Bildern machen möchte dann. Nike, die haben jetzt ein Startup gekauft. Und zwar ein Startup aus Boston, was Select heißt. Und Select nicht mit S, sondern mit C. Und was machen die? Die haben künstliche Intelligenz und sehen damit vorher, was die Kunden wohl haben möchten. Das klingt erstmal ganz toll und futuristisch, ist aber auch gar nicht so wild. Denn zum Beispiel halt, konnte ja auch Foursquare schon erkennen oder berechnen anhand des Food-Traffics, wie viele Apple iPhones verkauft werden. Also, naja, was macht Select denn jetzt genau? Also, die, denen füttert man Daten und dann sorgen die dafür, dass der Bestand, also der Händler, wie viele Schuhe der von welchem Modell in welcher Größe auf all das hat, entsprechend angepasst wird, damit der optimal für seine Kunden, für deren Kaufleidenschaft vorbereitet ist. Ja, was gab es dafür? Also, was hat es gekostet? Das weiß man nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch raus. Was jetzt aber auf jeden Fall rausgekommen ist, ist, dass im Hause Facebook bei Instagram mal wieder was Schlechtes in Sachen Datenverlust passiert ist. Denn es kam raus, dass Hyper, das ist ein Marketingpartner von Facebook und Instagram, seit Jahren sich schön Daten abgegriffen hat und, ja, Ortsdaten und Story-Daten von den Nutzern. Und bislang war das eigentlich eine vertrauenswürdige Plattform. Die hatte Zugriff über die offizielle API und hat dann, ja, zielgerichtete Werbung ausgespielt. Sprich, Beispiel halt, wenn man im Stadion ist und ein Fußballspiel guckt, dann bekommt man halt auch eine passende Werbung, die zum Stadion oder zum Fußballspiel gehört. Was ja im Prinzip erstmal was Ordentliches ist. Aber, ja, die Daten wurden, wie gesagt, schön abgegriffen, gesammelt. Und Hyper wurde jetzt auch entsprechend der Zugriff entzogen auf die API. Und, ja, was daraus noch jetzt rauskommt, müssen wir mal abwarten. Mir schwant da nichts Gutes, sag ich mal. Jo, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche nochmal. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.